Hallo, ich bin eure Black Mamba. Ich stelle heute wieder was vor, und zwar diese Waffen hier von Sky Wim. Das sperrt sie ein bisschen aus, aber der Streitkolben hier, dass das normal ist, sieht besser aus. Und wie man das benutzt und das baut, das ist kompliziert. Und das schaffe ich jetzt auch noch nicht mehr zu machen, weil ich muss gleich auch los. Deswegen mache ich das Video kurz. Das war es wieder mit mir, eure Black Mamba. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert es und gebt einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal.